Hier auf dem Fluss ist es wie am Sibniz oben im Gugrisch-Tunnel, das hat viel zu viele Fahrzeuge. Willkommen auf dem Hausboot bei Aleppi. Wir fahren mit einem Hausboot einen Tag lang den Teich auf dem Turab. Wir machen das jetzt echt. Wir sind hier auf dem Hausboot und chillen uns einfach und fressen uns voll mit frittierten Bananen und viel zu essen. Und Ingwerzückelchen, die wir gestern gekauft haben. Was wir noch machen ist, wir jassen natürlich, wie gute Schweizer, aber mit ganz verrückten Karten, die wir aufs Hochzippen bekommen haben. Ganz wild. Bitte Peepton. Die Karten sind weniger schmuddelig als das Boot. Neben all den schönen Erlebnissen, die man macht, hat der Weltreise natürlich auch negative Sachen. Man kann zum Teil auch in Hotels landen, die nicht unbedingt vor Hygiene strotzen. An einem sauberen Ort muss man natürlich auch überall seine Schuhe abziehen. Das Ergebnis sind dann die Socken. Ja, das ist nicht mal wiesg's. Und ich will always love you. Mäu! 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 Mäu!